Erntedank Am 5. Oktober wird in vielen Kirchen Erntedank gefeiert. Erntedank ist ein Fest, das uns daran erinnert, dass Gott der Schöpfer der Erde ist und dass er sie uns Menschen anvertraut hat, sie zu bebauen und zu bewahren. In diesen Gottesdiensten werden oft die Früchte und das Gemüse des Feldes, der Bäume, die in dieser Zeit zu ernten sind, zusammengetragen. Die Kirche wird geschmückt und wir feiern dankbar, dass Gott uns alle diese Gaben geschenkt hat, dass wir von ihm leben können, dass wir unser Leben nicht allein in der Hand haben. Und es wird gesungen, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Sie sind herzlich eingeladen, an diesen Tagen in die Kirche zu gehen. Menschen allen Glaubens sind willkommen und können mitfeiern und Dank sagen für die gute Schöpfung Gottes. Sie sind herzlich willkommen und können mitfeiern, die Kirche zu gehen. Sie sind herzlich willkommen und können mitfeiern, die Kirche zu gehen.